Den Danny McGaskill von den Alpen sozusagen, der Trial- und Mountainbike-Superstar, Fabio Wittmer. Und jetzt, Damen und Herren, kommen Sie hier zu uns live im Studio. Bitte begrüssen wir miteinander, Fabio Wittmer. Mit einem Wheelie-Standesgemäss, da muss ich aus dem Weg raus, sonst fährt er über den Haufen. Wir haben vorhin gesagt, er dürfte über den Haufen fahren, das ist überhaupt kein Problem. Wir sind gut versichert. Fabio Wittmer, du bist der erste Österreicher seit wahrscheinlich sechs Wochen, der in die Schweiz kommt. Wie war der Grenzübertritt? Für uns relativ entspannt zum Glück. Also wir haben eine Sondergenehmigung gehabt, natürlich unter Berücksichtigung für alle Sicherheitsmaßnahmen. Aber sind wir eigentlich problemlos über die Grenze und sind nach Zürich gekommen. Sehr gut, wir halten natürlich auch Abstand, Sicherheit ist wichtig. Du hast auf deinen YouTube-Videos, wir gehen schon ein bisschen nach vorne, 570 Millionen Klicks. Und es werden jeden Tag mehr. Kannst du noch zum Haus raus, ohne dass du gleich überfallen wirst von den Fans? Ja, also in Innsbruck geht es tatsächlich noch halbwegs. Aber klar, es kommt schon fast täglich vor, dass halt irgendwer vor der Haustürmer steht und wegen dem Autogramm oder so fragt. Aber es ist natürlich dann, also irgendwo ist cool. Auf der anderen Seite, klar schaut man schon oder will man schon natürlich auch ein bisschen Privatsphäre und so haben. Natürlich. Aber es hält sich nur in Grenzen. Gut. Ihr fragt euch sicher, wieso wir da vorne kommen und in Gang führen. Ja ganz einfach. Fabio Wittmer hat uns einen Trick oder eine riesen Spielweise bereit gemacht und die ist ganz weit vorne am Ende des Ganges. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was Fabio Wittmer auf dem Gang macht, er zeigt es euch. Er springt auf den Lenker hoch und fährt auf dem Lenker hoch. Achtung. Jetzt kommt er. Voilà. Und ihr glaubt es oder glaubt es nicht, manchmal fährt er sogar Steigen runter, wenn er so auf dem Lenker oben steht. Fabio Wittmer, wie lange er auf dem Lenker fahren kann, hätte er mir nicht sagen können. Ich bin ganz sicher, es ist fast ewig. Und jetzt sind wir hier hinten. Du hast extra etwas eingerichtet. Ich glaube auch auf die Kugel raufspringen, das ist nicht möglich. Ja, ich glaube die hält es nicht ganz aus. Die hält es nicht aus. Aber sonst hast du ganz viel vorbereitet. Ich sage ganz viel Spass mit der Trick Session von Fabio Wittmer. Ich glaube es geht ein Backflip. Fabio Wittmer. Backflip zum Abschluss von dieser kleinen Show hier. Es ist ein Backflip. Das ist unglaublich. Fabio Wittmer, ganz herzlichen Dank für das. Kommt zu mir. Das ist unglaublich. Über diese Rampe. Wir können das glaube ich kurz sagen. Du hast sie vorher mal schnell noch kaputt gemacht. Jetzt ist sie wieder ganz. Genau, ja. Wir haben ein paar Anpassungen treffen müssen, weil sie kurzzeitig mal ein bisschen nachgegeben hat. Aber jetzt hat sie zum Glück ausgehalten. Und ja, ein bisschen aus hart. Perfekt. Das wollte ich gerade sagen. Es sieht alles so einfach aus. Aber das ist schon anstrengend auch für dich? Ja, auf jeden Fall. Also total körperlich anstrengend. Ich glaube jeder, der es vielleicht mal probiert hat, der weiß so circa, dass es nicht ganz ohne ist. Ja, aber nee, macht Spaß. Also freut mich, dass ich da bin. Wunderbar. Du bist ja seit zehn Jahren auf dem Bike unterwegs. Vorher warst du Motocross-Fahrer, also wirklich Motorradfahrer. Wieso hast du gewechselt? Wie war das? Erzähl mal. Genau, ich bin mit fünf, sechs Jahren zum Motocross-Sport gekommen. Und dann habe ich auf einmal mit, glaube ich, 14 oder 15 Jahren das Video von NMKSK gesehen. Und seit dem Video hat es bei mir so einen Klick getan. Und dann war ich einfach so fasziniert von dem Sport. Und dann hat sich das Ganze so entwickelt. Und immer noch auf dem Motocross-Motorrad unterwegs oder gar nicht mehr? Mittlerweile wieder. Also ich habe eine Pause von so, sie macht ja Jahre eingelegt. Und jetzt seit diesem Jahr bin ich eigentlich wieder unterwegs auf einer Motocross. Okay. Jetzt, du hast hier eine riesen Sache aufgebaut. Wir haben den Backflip gesehen. Was ist das Schwierigste für dich jetzt hier, was du gemacht hast? Ich meine, das Schwierigste bei eben so Live-Sachen, da ist natürlich so, da schaut man natürlich, dass man irgendwelche Tricks macht, die man vielleicht das erste Mal hinbekommt oder die halt normalerweise funktionieren. Bei Videos hat man dann halt mal Tricks, die dauernd 600 Versuche. Und das wird da halt schwer, wenn ich solche Sachen dann probiere. Aber grundsätzlich mein Backflip ist natürlich schon immer wieder aufgeregt. Ich habe schon lange keinmal gemacht gehabt über Rampe, weil ich daheim jetzt keine gehabt habe. Deswegen war das eigentlich jetzt wieder ein bisschen aufregend, aber Spaß gemacht. Okay, jetzt haben wir eine Slow-Mo von deinem Backflip bereit gemacht. Die Regie soll dir das jetzt einspielen. Wir sehen jetzt nochmals deinen Backflip. Unglaublich, wie du den rumziehst. Kannst du den überall machen? Brauchst du eine Rampe oder könntest du auch den von da oben runter machen? Ja, also ein bisschen eine Rampe brauchen wir natürlich schon. Ich meine, es geht natürlich mit anderen Radien und mit anderen Rampen, die ein bisschen kleiner sind oder auch noch viel größer. Da gibt es ganz viele Variationen, aber schlussendlich kann man mit sehr wenig Sachen eigentlich viel anstellen mit dem Rahl. Perfekt. Fabio Wittmer, ganz herzlichen Dank.